Banana Gang, bevor das Video anfängt, einige von euch wissen ja, dass ich mich bei 982.000 Abonnenten zeige. Deswegen, wenn du wissen willst, wie ich aussehe, lass gerne ein Like da, abonnier den Kanal, lass Liebe da und wenn nicht... Mach mal bitte auf Quack, trotzdem... Was geht, mach's geht, Freunde? Heute machen wir was richtig Krasses. Fortnite hat nämlich alle OG-Waffen zurückgebracht und das in Gold. Die Scar ist zurück, die SMG ist zurück, die Heavy-Sniper und viele Waffen. Und das alles in Gold. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf die Suche nach dem Gold. Ich glaube, das wird Rata gar nicht gefallen, Digga. Es reicht! Und ihr werdet mir nicht glauben, was mitten in der Runde passiert ist. Vergesst nicht, Creator-Code Braxis-YT einzugeben und jetzt los geht's. So, Freunde, seht ihr schon die goldenen Waffen? Oh mein Gott, ganz wichtig, wir brauchen erst die Spideys, das ist das A und O. Oh nein, er kriegt die Waffe. Hä? Wo ist er hin? Hallo? Okay, warte mal. Oh oh. Mach auf! Yo, ein AP! Ich habe kein... Neun, ich bin tot. Ja, okay, Bruder! Nein, ich muss hier weg. Wir sehen uns! So, schnell, schnell hier rein. Oh mein Gott, was war denn da los gerade? Yo! Da versteckt sich einfach ein Gewiss. Nein, warte noch. Junge! Was hat dir das jetzt gebracht? Ich verstehe es einfach nicht. Guckt euch mal diese OG-Waffen an, Alter. Wie geil! Kriminal... Kriminal-Polizei! Bleib stehen! Easy! Christian, was war denn los mit dir, mein Freund? Oh, da kommt einer. Oh! Falsch gelandet! Antonio. Pizzeria, Mamma Mia, leckeria, italian. Spaghetti! Ganz kurz Italiener geworden. Let's go! Yin-yang, Xing-shan! Wow 8 HP, 6 HP Okay, ich bin weg Ja, Bruder, was ist denn hier los? Sag mal, haben wir nicht mal alle Latten in der Birne, oder was? Was passiert hier? Die denken auch, ich hab Angst vor denen Niemals Puh, Sniperkönigin Ey, Leute, ich schwöre, ne, ich rasiere Aua Ja, okay Wo seid ihr? Hallo Ja, 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 okay, Bruder, Spaß Guck mal, wir können auch reden miteinander Guck mal, wie der abhaut Okay, guckt jetzt, Freunde 3, 2, 1 Schuss Ich wollte sie nicht treffen Ich wollte einfach nicht treffen Aber ich muss jetzt auch los hier Meine Lehrerin hat angerufen Ich muss nämlich meine Hausaufgaben machen Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? Okay, die sind abgelenkt Wow, war das knapp Hallo Hallo Ich muss nachladen Machen wir mal kurz Pause hier Klippo Feierabend Spielpause, Bruder Start, Start, Taste Start Jungs und Mädels Frag mich einfach nicht, was ich da gerade gesagt habe Ich habe keine Ahnung Ich habe einfach eine neue Sprache erfunden Wie Gigant Du dämlicher Hund, Alter Ich habe meine Chakra geladen Und hier landet einer Wer landet hier ohne meine Erlaubnis? Boom Er will abhauen Bleib stehen Halt, stopp! Wo ist der hin? Wie habe ich den hier getroffen? Warte Erstmal dich hier Ich dachte, ich habe dich vergessen, ne? Hier ist einer Wo ist der andere hin? Moin Meister Oh, nein, 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 nein Boah Swing doch nicht weg, Mann Attacke Ey, warum treffe ich nicht? Okay, der haut ab Der haut wieder ab Der haut schon wieder ab Nein Egal Egal, Leute Wir gehen zurück Hier steppt einer wie ein Elefant Na, du Elefant Wie nennt man diesen Elefanten Diesen Kinderelefanten, Leute? Sagt mir mal schnell Wie nennt man diesen Ter- Benjamin Der Elefant Da wird einer wieder geholt Ter- Oh, nein Warte mal Ist das eine Banane? Oh, nein, bitte nicht Banane Es tut mir leid Du warst eben die Banane Von eben, oder? Hallo, Bruder Ich mache nichts Ich schwöre, ich mache nichts Komm her Es tut mir leid Das war eben eine Banane Ich blindos, behindos Ich passe auf dich auf Hol deinen Maid wieder, Bruder Keiner darf dich anfassen Ich habe eine Banane gejagt Ey, Leute Es ist nicht so, wie es aussieht Vertraut mir Sorry, Leute Ey, Cringe-Praxis Ey, Cringe-Praxis Ich habe schon wieder nicht getroffen Wieso travel mit dieser RPG nicht? Was soll denn das? Bitte, Mann Hallo Wow Ja, okay, okay Ey, wieso ist das denn Wieso glitschen die Schüsse immer so raus? Aua Aua Brexit Ist sauer Ja, absolut Also, ich bin nicht sauer Ich bin eigentlich ziemlich entspannt Also Dann passierte das hier, Freunde Und ich muss jetzt schon vorab sagen Ich liebe die Bananen Wir sind einfach ein Team Und wir halten zusammen Egal, was passiert Schaut es euch einfach selber an Wow, das ist eine Banane Schon wieder die gleiche Hallo Hallo Nein, nein, nein Oh mein Gott Ihr seid die Heftigsten Oh mein Gott Ich liebe euch Bananen so Hau rein, Bruder Wir sehen uns Guck mal, da ist er Hallo Da ist sein Mate Guck mal, da ist sein Mate Sein Mate ist einfach ein Spider-Man Und wird von einem Dino gejagt Hallo, Banane Wow Du ehrenloser Das ist nicht dein Mate Du hast Banane umgebracht Er lebt noch Dino Du kleiner 31er Du hast meinen Bananenbruder umgebracht Wo ist dein Mate Hallo, wo ist dein Mate Holt ihn zurück Wo seid ihr Ich bring dich zum Lagerfeuer Ich werde dich so lange überleben lassen Bis es nicht mehr geht Bitte halt durch Banane, es geht los Nein Nein Banane Nein, Freunde Die Banane ist gestorben Ich glaube, das sind seine Mates Ey, kann man hier nicht eine Sekunde trauern Lass das doch, Mann Banane, ich werde dich nicht vergessen, Mann The next day the Waffe was dead Frag mich bitte nicht, warum ich hier gelandet bin Ich muss hier weg Ich brauche eine Waffe Jackpot, Jackpot, Jackpot Haha Okay, ich haue ab, ich haue ab Komm her Gib mir deine Waffe Oha, was hast du denn für Waffen hier Ey, hier liegt ein Fisch Sorry Wow, hier ist ja einer drin Nein, bitte nicht Hör auf, bitte Hör auf, mein Aim Bitte Bitte hör auf, bitte Lass es, lass es Easy Easy Oh, hallo Was machst du denn? Aha Ich habe euch erwischt Aber mein Aim erwischt euch nicht Alter, bitte Komm schon Braxy Badam, bam, bam, bam Ich hab dich Mit Dex War wohl nix Guck mal den Easy Oh, das war ein No-Skin Sorry Oh, dann nehme ich mit Nimm ich mit Let's go Du bist der heftigste Spider-Man Ich will dir mal sagen, wie mein Tag heute war Der war echt scheiße Wallah, Krise Ey, was schießt du auf uns? Fahr los, Spider-Man Spider-Man? Ey, da geht einfach Du Ehrenloser, komm zurück Weil du weggelaufen bist Ich dachte, wir sind Freunde Ich sage euch ehrlich Man darf sich heutzutage auf niemanden mehr verlassen Es ist einfach leider die Wahrheit Och, komm, versteck dich doch nicht Hör doch auf damit Bitte, Mann Die haben Highground da oben Da wird einer wieder geholt Schönen guten Tag Und Leute, Trimax hier Ey, das tut mir gerade so leid Aber ich bin die freundliche Banane aus der Nachbarschaft Ach, so einer bist du Guck mal, wie der lurkt Hallo Es wird Zeit, Freunde Für einen leckeren, saftigen Push Braxy Spatzy ist unterwegs Wow Die anderen haben ihn weggelasert Sieben Kills Es leben noch drei Meine sehr verehrten Damen und Herren Liebe Boys and Girls Omis, Opis da draußen Es wird ernst Werde ich den epischen Sieg holen Oder Ich soll einfach meine Schnauze halten Ich muss hier weg Adieu Auf Wiedersehen Ich muss ein Mini trinken Bruder, bitte lass es doch So Was haben wir hier Schönes Oh, er baut mich ab So, jetzt aber Nein Ich bin so schlecht Nein, Leute Bitte, hör auf Ich muss weg Es macht keinen Sinn Es macht keinen Sinn Ja, wir sehen uns Wuhu Hör doch auf So zu treffen Aua 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 Braxy ist sauer Uiuiuiui Bleib stehen Ich hab keine Muni mehr Ich muss nachladen Komm schon Der bitte Hör auf abzuhauen Bleib doch einfach stehen Brauch doch nur den epischen Sieg Uuh Nein Nicht nochmal Okay Hey, hör auf Hör doch einfach auf Mit der zu schießen Wie viel Munition hast du denn noch Ja Egal, Freunde Dringende Arznei Super GG Ich hab's leider nicht geschafft Aber ich schwitze auch so Ne Hey, Grinch Wechseln Du bist mein Lieblingsschild Super Bitte Hey, ich kann es grad nicht glauben Was Du bist mein Lieblingsschild Dängstil Tschüss Wenn die Dängstil Bis zum nächsten Mal.